jo moin moin liebe youtube süchtigen moin moin liebe messerfreunde ja der tag der entscheidung ist gekommen und zwar ist die verlosung dran für mein giveaway und es haben sagehaften 19 leute mitgemacht ich lese sie mal vor dass einmal der robert greven der marcus arthur bremen arthur survival kurse guido der taufer hat mitgemacht der christoph von schnorris ja der mario hat mitgemacht und der dirk hat mitgemacht von pt 6611 der udo von pants der thomas der stoni der daniel der dirty cross supergander roland und ja will im krämer und der tobi von 038 tobi hat mitgemacht der matthias ditken hat mitgemacht der klaus von klaus l müller mitgemacht rafael von rafael autors hat mitgemacht und der frank supracor hat mitgemacht flash 4220 hat mitgemacht und der miro hat auch mitgemacht also hat mich sehr gefreut habe auch viel gelernt durch die ganzen video antworten war sehr interessant und ja wir machen das so der erste preis der ist ja einmal ein amazon gutschein von 10 euro dann kann dieser jenige sich dann eins dieser fünf teile aussuchen als wieder eins von den vier messern oder die beiden pötchen das blende ich da gleich nochmal ein der zweite preis kriegt dann ebenfalls ein amazon gutschein und kann sich dann eins von den übergebliebenen sachen aussuchen und der dritte und vierte und fünfte ja das geht dann so weiter aber der letzte muss natürlich das nehmen was übrig bleibt ja jeder kriegt da ein bisschen kinspan bei und auch scharfes zeug und ja ich habe hier erstmal eine liste von 19 die wollen wir erstmal ausschneiden und dann tue ich die hier in das tötchen rein und dann wollen wir mal gucken wer gewinnt ich wünsche euch da alle viel glück so zwei ja es dauert jetzt ein bisschen beabsichtig um das bisschen spannender zu machen so ja es war nicht sehr interessant muss ich sagen also eure hobby und ja auch was waffen anbetrifft und so weiter hat mich ja nicht sehr interessiert und vor allen dingen viele haben ja ferngesteuerte sachen ja finde ich schöne schöne sachen schöne hobbys das sehr interessant gewesen ja messer sammeln wir ja alle aber auch sehr informativ und wieder mir schon sagte es war vielleicht mal einen denk anstoß was für hobbys man alle hat und welche hobbys man so vernachlässigt was man vielleicht noch mal wieder aufleben lassen soll und ja so so da haben wir sie 90 stück und ich werde rückwärts verlosen das heißt ich werde erstmal die leute die nicht gewonnen haben rausziehen bis nachher bloß noch fünf stück im topf sind und diese fünf stück da werde ich dann mit dem ersten preis anfang zweiten dritten vierten fünften da werde ich euch anschreiben beziehungsweise ich werde noch einen tag warten und dann werde ich euch anschreiben dass ihr gewonnen habt und ja dann solltet ihr mir also der erste preis zum beispiel sagen welches teil ihr denn gerne haben möchtet ich werde nachher noch mal ein bild einblenden wo dann die messer nummeriert sind der einfache halber weil ja ja die nummern bezeichnung das ist alles so eine sache die kann sich ja kein mensch merken und deswegen dies wird dann um 1234 und die pötte nummer fünf sein kann euch das ja noch mal kurz einblenden in der zeit wo ich hier weiter falte 2 3 4 5 5 6 7 9 8 8 9 10 11 so gefaltet haben wir da sind jetzt 19 nummern und ja fangen wir mal an nehme ich erst mal fünf raus die nicht gewonnen haben das ist einmal 1 2 3 4 5 so fünf stück die leider nicht gewonnen haben das ist einmal die nummer 14 das wäre matthias ditken schade matthias tut mir leid dann einmal nummer 19 ja nero nummer 19 mir tut mir leid was auch nicht gewonnen dann haben wir nummer 10 nummer 10 ist ja daniel ja daniel tut mir leid du hast auch nicht gewonnen jetzt haben wir einmal nummer 8 das ist der udo von pencil kniß sorry udo auch du hast nicht gewonnen dann nummer 16 das ist rafael autos sorry rafael auch du hast nicht gewonnen so dann müssen wir noch mal die nächsten fünf nehmen 1 2 3 4 5 so auch nummer 6 das ist der mario mario tut mir leid du hast auch nicht gewonnen dann nummer eins der markus der robert greven tut mir leid du hast auch nicht gewonnen dann haben wir hier nummer 11 der roland von supergun tut mir leid du hast auch nicht gewonnen dann haben wir hier nummer 7 ja der dirk der pt6611 dirk tut mir leid du hast leider auch nicht gewonnen und dann haben wir hier die nummer 12 das ist der willm will im crema tut mir leid du hast leider auch nicht gewonnen so jetzt haben wir zehn stück weg da bleiben noch neun über das heißt ich muss jetzt noch vier stück rausnehmen tun wir noch mal ein bisschen so 1 2 3 4 ja nummer 5 christoph tut mir leid für dich hast auch nicht gewonnen dann haben wir hier nummer 6 und dann haben wir hier nochmal 18 der fresh 4220 tut mir leid du hast auch nicht gewonnen und dann haben wir hier nochmal 18 der fresh 4220 tut mir leid du hast auch nicht gewonnen die nummer 13 der 038 tobi tut mir leid tobi auch du bist nicht damit dabei jetzt haben wir hier noch laut adam riese 4 lose drin 5 lose drin sorry 5 lose und ja fangen wir mal an mit dem fünften preis den fünften preis den hat nummer 4 das ist der toffer ja toffer herzlichen glückwunsch du hast den fünften preis dann den vierten preis den hat nummer 15 das ist klaus klaus herzlichen glückwunsch zum vierten preis der dritte preis der geht an nummer 3 das ist der guido von survival kurse auch dir herzlichen glückwunsch der zweite preis ist nummer 17 das ist der frank von supra core ja frank auch dir herzlichen glückwunsch und der erste preis ja wie soll das anders sein nummer 2 arthur ja arthur du hast den ersten preis und damit hast du die chance auf alles hier und zwar einmal ein amazon gutschein und dann darfst du dir eins von diesen fünf teilen also eins von den vier messern oder die pötte aussuchen dazu wie gesagt kriegt jeder kinsparen und bisschen scharfes zeug ich werde dich anschreiben und dann teilst du mir mit was du dabei haben möchtest und wenn ich dann deine antwort habe dann werde ich den zweiten anschreiben dann werde ich den zweiten anschreiben der kriegt ebenfalls einen 10 euro amazon gutschein und eben darf sich dann auch wieder was aussuchen von dem was übrig ist und dann werde ich den dritten anschreiben und den vierten und den fünften und ja in dem sinne ja schade für die leute die leider nicht gewonnen haben aber es kann nicht jeder gewinnen und vielleicht beim nächsten mal kommt ja öfter nochmal so eine aktion und in dem sinne ich würde sagen ich wünsche euch was blende euch jetzt nochmal das foto ein wo die messern und das nummeriert ist damit ihr dann sehen könnt wer oder was ihr dazu haben wollt in dem sinne ich wünsche euch was euer ans dieter tschau mich beden mich beden